Der Nächste, bitte. Mein lieber Herr Mayer. Herr Doktor. Da sind Sie aber wieder. Nun, mein lieber Herr Mayer, wie ist das Wertebefinden? Ich darf Ihnen sagen, Herr Doktor, ich fühle mich ausgezeichnet. Ah ja. Sozusagen total als Vollbundi. Ah ja. Ja, das kann ich sagen. Und was, mein lieber Herr Mayer, machen Ihre Wahnvorstellungen? Ja, also der Wahn ist weg, bloß die Krise ist da. Wer ist da? Die Krise, die Identitätskrise. Ah ja. Was, mein lieber Herr Mayer, verstehen Sie denn unter einer Identitätskrise? Ja, ich dachte, Sie wissen das, weil Sie haben ja darauf studiert, nicht wahr? Das war ein Scherz. Ich dachte mir das. Hast du gemerkt? Das ist gut. Mein lieber Herr Mayer, wir machen es wie immer. Sie legen sich auf meine Couch und spannen die Schönenkonten. Ich dachte gar nicht, selbstverständlich. Jawohl. Ey, darf ich meinen Hut aufhalten? Aber ja, wir machen ihn bloß ein bisschen fester, ja. So, sehr schön, sehr schön. Ja, Hände schön auf den Korpus. Korpus, ja. Ja, gut. Sie liegen bequem, Herr Mayer. Ich könnte stundenlang zölfeln. Wunderbar. Dann erzählen Sie doch bitte mal genauer. Ja, also was ist denn da, Herr Doktor? Ich bin doch jetzt dieser Bundi, nicht wahr? Und solange ich hier bei uns Bundi bin, also bei den alten Ossi-Bundis, da ist auch alles in Ordnung. Da fühle ich mich wohl und da weiß ich, was ich von jedem Bundi zerhalten habe. Aber, gern bin ich drüben bei den echten Bundis, da fühle ich mich wie, also wie soll ich immer mitbellen, aber es kommt nur ein Kläfen raus. Mein lieber Herr Mayer, Sie sind jetzt auch ein deutscher Schäferhund. Ich bin, was bin ich? Um mal in Ihrem Bilde zu bleiben. Oder haben Sie schon mal einen Pinscher mit D-Mark in der Tasche gesehen? Ich habe ja noch nie einen Pinscher mit einer Tasche gesehen. Sehen Sie, das erklärt alles. So, mein lieber Herr Mayer, jetzt sind wir mal ganz locker. Lassen Sie alles hängen. Ganz locker. Ganz locker. Schön entspannt. Ja, ja. Geistig gespannt. Ja, ja. Und sprechen Sie mir bitte nach. Ich bin ein deutscher Schäferhund. Ich bin ein deutscher Pinscher. Entschuldigung, das wollte ich nicht, das ist so rausgeschwemmt aus mir. Es war nicht mit Absicht. Ja, ist so. Bleiben Sie locker, Mayer. Bleiben Sie ganz locker. Ja. Noch mehr. Ja, sehr schön. Konzentration. Ich bin ein deutscher Schäferhund. Aber mein lieber Herr Mayer, Sie wollen doch Ihren Brüdern und Schwestern mit Würde begegnen. Also ruhig ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Aber wo soll ich denn das herhaben, Herr Doktor? Herr Mayer, Sie sind doch jetzt wer? Können sich Schappi leisten. Aber ich bin nur an Knochen gewöhnt. Mein lieber Herr Mayer, ein kleines bisschen müssen Sie schon mitspielen. Sie können doch zur Unterstützung mit Ihrem schönen, harten Geld in der Tasche klimpern. Machen Sie mal. Klimper, klimper. Lauter, ich höre nichts. Klimper, ich bin immer noch arbeitslos, Herr Doktor. Mein lieber Herr Mayer, wir gehen harten Zeiten entgegen. Als Pinscherler könnten Sie ruckzuck in einem Tierheim landen. Ich bin ein deutscher Schäferhund, genieß Anerkennung, hat eine Hundewürde, ein Herrchen, das sich um ihn kümmert. Er kann vielleicht sogar in den Staatsdienst kommen. Sie müssen sich da einfach entscheiden, Herr Mayer. Das ist gut, Herr Doktor, ich versuch's nochmal. Ich bitte sehr darum, ja. Schon, damit Sie keine komplexe Griechen machen. Aber. Ich bin ein deutscher Schäferhund. Ich hab's. Wunderbar. Ich bin ein deutscher Schäferhund. Sehr schön, Herr Mayer. Und jetzt kommt Ihnen ein Pinscher auf der Straße entgegen. Ich bin ein deutscher Schäferhund. Ich bin ein deutscher Schäferhund. Wunderbar, wunderbar. Und jetzt will eine minderwertige Promenadenmischung Ihnen das alles wegnägen. Wo, 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 ich bin ein deutscher Schäferhund. Wo, 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 ich bin ein deutscher Schäferhund. Wo, 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 wo. Hush. Mein lieber Herr Mayer, Ihre Identitätskrise ist überwunden. Ach was. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Da bin ich aber froh. Und immer dran denken, was sind Sie? Ich bin ein deutscher Schäferhund, du Pinscher. Ich bin ein deutscher Schäferhund. Vielen Dank.